Wie lange reicht die Energie von einer Banane? Es kommt natürlich noch ein bisschen darauf an, was ich mache. Es ist ja gesund, man Sport macht, glaube ich. Vor allem, wenn ich biken gehe. Da brauche ich so einen Energiespender, oder? Also, wenn ich die um zu vier einnehme, ja, vielleicht zwei Stunden. Da habe ich sehr viel Essen wahrscheinlich nicht lange. Es kommt auf das disziplinierte Verhalten darauf an, natürlich. Ja, am Morgen, eine Mittag und so. Ein Schweizer verbraucht täglich die Energie von 1200 Bananen. Ja, das ist doch ein happiger Vergleich, oder? Eine happige Zahl. Was wäre das für ein Haufen? 1200 Bananen? 1200 Bananen. Das ist eine reisse Kiste, ja. Also, wir sollen eine Bananenkiste wahrscheinlich. Ja, das bräuchte auch viele Bananenbäume. Ja, vor allem. Es ist ja ein Riesenberg. Mit dem Bananenberg kann man sich das richtig vorstellen. Geht's auch mit Öpfeln? Mit Öpfeln? Weißt du, wie viel? Hättet ihr auch nicht einen Rechnungsfehler gemacht? Logisch haben wir richtig gerechnet. Aber wir wollen es auch noch beweisen. Wie das mit den Bananen funktioniert. Wie es mit dem Energieverbrauch funktioniert. Von dir, von einem durchschnittlichen Schweizer. Das wollen wir alles zeigen im Motivationsfilm für Helionauten. Hilf mit, um das Film zu realisieren, indem du uns supportest. Eine Banane bekommst du auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.